Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja die sind jetzt im Wald Kies und Kreis, ja Kies und Kreis, ja die sind jetzt im Wald Okay Google, sag mir, woraus besteht der neue McDonald's Big Baby Mac? Der Big Baby Mac besteht aus einer geheimen Soße mit folgenden Zutaten Baby-Zummel, Nabel-Fleisch, Ringmuskel, Fasern, Zähnagel und Babybackenspick Okay, aber warum ist da so viel Fleisch in der Soße, ist ja nur die Soße Ich kann dir das nicht beantworten, da du nicht okay Google gesagt hast Okay, vergiss es Google, Mann, also Google wird ja immer schlimmer Google ist richtig, wirklich, wie sie auch drauf besteht immer, ne? Ja, du musst okay sagen, ne? Ohne okay verstehe ich dich nicht, der Big Baby Mac Wow, der schmeckt aber nach Fleisch und ist unendlich zart Warum siehst du eigentlich aus wie Stan Lee? Ich weiß es nicht, ich sammle hier unten Inspirationen für meinen neuen Comic Flötsman? Flötsman Flötsman, die Grauen der Kohle Flötsman und Lederboy Flötsman und Kohleknecht Flötsman und Kohleknecht In Pot City In Pot City, Alter Als ich das erste Mal den Flöts flötete Mein Name ist Hans Müller Flötsman 2003 Jugendliche bekämpften unseren Arbeitsort Komm nicht zur Arbeit, hier kleben Leute auf der Straße Ich will doch nur arbeiten gehen Ey, ich würde mich total freuen Ich würde anrufen und sagen, ja geht nicht Ich hole mir hier so eine Bescheidigung von der Polizei Ja Weil du kannst ja beweisen und dann, was willst du machen? Kannst ja nicht deswegen gekündigt werden Da kommst du nicht hin und flöts Da ist gar nicht so Oh gut, da vorne steht aber jemand, ne? Da wird geflötet Steht aber jemand Oh, oh, oh Aber die buttern sich doch gegenseitig die Backe, oder? Aber er macht hier Butterbacke Er ist drüber, wie so ein Reh Ich finde, die haben was Graziöses, ja, ne? Die sind irgendwie anmutig Wie sie da stehen Mit ihrer glibbrigen Haut Die noch nie Tageslicht gesehen hat Mit ihrer Blässe Chinesen würden die voll abfeiern Alter, hast du gesehen? Ne, was hat er gemacht? Ich habe ihm seinen Kopf abgehackt, als er da hockte Alter, war das unangenehm Ach, der hat sich da ausgeruht Der hat gesagt, ich ruhe mich kurz aus Kleine Auszeit Oh, ich habe seine Vorhaut weggeworfen Alter, war das unangenehm Du hast schon die Taschen voller Vorhaut Weißt du jetzt, wo er keine Köpfe mehr annageln kann? Sammelt er vor heute Ich sammle jetzt vor heute Hat man früher nicht Ohren gesammelt? Und Skalp? Oh, der macht einen Sing-Sang Ja, der weint Der hat ein hartes Leben hier unten Also mit dem würde ich nicht Würdest du mit dem tauschen wollen? Der ist mal ganz im Ernst Wolfsboy, Alter Ne, tauschen sowieso nicht Glaubst du, der schmust hier mit so einem Stein? Ich glaube, der hat einen Schmusestein Der Stamm ist Stein Der Stammstein Er macht dir den Stalag-Dance, Alter Der Tanz auf den Stalag-Nieten Die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die Guck mal, die kannst du einfach anlegen. Bin ich jetzt einer von ihnen? Wie sehe ich aus? Mach mal, zieh mal an. Alter, richtig geil. Wo ist die? Unten rechts? Irgendwo, ne? Irgendwo unten rechts, ja, da klebt die. Utantenrüstung. Sieht aus wie ein McRib. Das Fleisch von der McRib. Echt, du hast erst zwei? Kann ich noch mehr tragen? Ja, du kannst zehn Stück oder sowas tragen. Echt? Okay, warte, nee, dann. Ich habe nicht voll... Hier liegt noch einer. Hier ist noch einer. Da, wo ich stehe. Das Gesicht sieht so geil aus. Ich habe mich halt voll eingerieben mit diesem McRib-Fleisch, was die hier droppen. Da hinten ist auch noch einer. Wo, wo? Lass ihn holen. Lass ihn holen, dann ziehe ich mich an. Hier, da ist er. Der ist aber ganz schön umgeschwaden. Ja, also voll im Nacken rein, du. Du hast richtig schön die Nackenhaut gezwickt. Oh, richtig schön. Schlag im Nacken. Früher, Alter, war es in der Schule oder so. Ey, du siehst aus wie so ein Pädagoge oder sowas, weißt du? So ein Typ, der sagt mit so einem kleinen Notiz... Pädagoge. Pädagoge, der sagt, die fühlen sich dabei. Und was für Emotionen empfinden sie dabei, die Haut dieses Mannes anzuziehen? Welche Balkenrüstung hast du? Alles voll. Echt? Ich habe erst vier Balken. Jetzt hast du auch so komische... Alter! An der Hand hast du was, an den Schuhen halt hast du irgendwie so. Aber im Gesicht noch nicht. Ne, ne. Das ist wahrscheinlich das Finale. Ja, ja. Wir brauchen... Ah, hier. Ich hole mir mal eine Bombe. Das sind zwei von den großen Fingerlinger. John Fingerlinger. Bam! Alter, ich habe beide weggeholt. Die kannst du erst mal schön schälen. Kannst du erst mal schön die Sackhaut runterpellen. Kriegt man da mehr raus aus denen? Weiß ich nicht. Ich will auch so aussehen wie du. Das sieht total toll aus, finde ich. An irgendwas erinnert mich das auch. Aber ich weiß noch nicht was. Vielleicht... Keine Ahnung. Der von den Goonies? Ja, auch. Schokolade! Schokolade! Vorhaut! Captain Foreskin. Ja, jetzt du wirst... Also ich bin ganz voll... Warte mal, ich habe... Ja, zehn Rüstungen habe ich angesehen. Ich habe zwei, vier, sechs habe ich jetzt. Da fehlen noch vier. Vier Haut. Vor Foreskin. Ich brauche mein Feuerzeug. Um die Mollies anzuzünden. Hier kommen doch jetzt gleich die Babys. Waren doch hier, soweit ich weiß. Explosiert mir das Ding gleich in der Hand? Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Alter, das sind die Babys. Bam! Baby Barbecue! Alter! Baby Barbecue! Oh! Brennendips Baby! Hat sie nicht aufgehalten, oder? Ich habe noch einen. Alter, der... hat so einen Reverse-Kick gemacht, irgendwie. Baby Barbecue! Stirb! Wie sie riechen! Mit dem neuen Smell VR. Aua! Jetzt ziehen die halt auch wieder Rüstung ab. Oh, hab ihn! Aber die kann man leider nicht häuten. Oh, ist sie richtig kross, ne? Die ist so ein bisschen knusprig, die Babys. Die crunchen richtig, wenn man auf sie drauf tritt. Crunch Baby. Crunch Baby Basketball. Er ist ja irgendwo auf seinem letzten Playboy-Magazin gestorben. Oh, Vorsicht, der ist richtig spitz. Ja, ne? Was ist denn drin hier ein? So ein... Oh, ich bin... Herr Doktor, ich bin ausgerutscht. Herr Doktor! Oh Gott! Es ist schon wieder passiert. Sie sind also... Sie sind also auf die Cola-Flasche draufgefallen. Ja. Auf ne ganze Kiste? Ja. Glaubst du, es ist irgendjemand wirklich mal auf irgendwas draufgefallen und es war danach drin? Also, ich kenne jemanden bei denen, also, der ist auf dem Dach ausgerutscht quasi, das Dach so runtergerutscht und dann auf einen Blitzableiter draufgeknallt, aber mit einem Steißbein. Also, es hätte noch einen Zentimeter weiter unten und es hätte Plopp gemacht. Uiuiui. Gebrochene Steißbein ist auch was richtig krass Ekelhaftes, ne? Ja, weil es so eine Kackstelle ist, ne? Lieber, was ist das denn? Chicken Wings? Alter, guck mal hier, die Goldgrube, Junge. Die Goldgrube. Ah, jo. Richtig. Alter, der Colonel war hier, oder was? Der Sanders. Der alte Sanders mit seinem ordentlich schönen, mit seinem graben Schinken. Jetzt halt die Frage, was ist das denn? Das wird immer ekelhafter hier unten, ne? Ich hole mal wieder die Taschenlampe raus, noch habe ich ja Batterie. Das ist ja... Boah, da vorne sind ganz viele Babys. Ich spreng sie. Dieses Babynest, Alter. Ah, warte, warte, warte. Ich nehme eine Granate. Für was hat man die Dinger, ne? Oh, habe ich keine mehr? Doch, hier oben. Vielleicht sind die Dicken hinterher. Achtung. Das ist ein wildes Babynest. Boah, wie sie auch noch auf die Granate zugerannt sind, ne? Ja. Ich muss sagen, die haben aber auch echt authentisches Babyverhalten integriert. Ist das so authentisch? Ja, schon, oder? Weißt du, wie es ist? Man schweißt was und die krabbeln wie wild drauf zu. Babys legen ja auch beim Krabbeln immer so ein Turbo rein. Ja, wenn die dann richtig... Wenn sie richtig im Rausch sind. Hä? Hier geht's auch nochmal lang. Oder oben. Oben ist Loot. Oben ist so ein bisschen Loot. Alter, was hat der? Flinte. Oh, was war das? Aber die Flinte selbst hat er nicht, ne? Ich sehe zumindest nichts. Weißt du, die anderen Hüllen waren deutlich netter. Da waren hier und da mal ja so ein paar Kerzen aus Menschen. Weißt du noch? Diese Schädelkerzen und so ein abgehackter Fuß. Wurstig. Ich hau mir mal eben... Da hau dir Koffein rein. Ja, Koffein ist wichtig. Oh, da vorne ist einer von denen. Oh, wow, 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 wow. Hast du was zum Sprengen? Äh, jetzt gerade spontan nicht in der Hand. Soll ich mal die Knarre versäkeln? Oh, ey. Sind das zwei? Weiß ich nicht. Was machst du gerade? Ich bin ein Stück zurück. Ich bin ein Stück zurück. Geh erstmal zurück durchs Loch. Hinter dir. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in Red Lobster und sammeln uns. Weiß nicht, der kommt da durch, oder? Ne, der sprintet da vorne dran rum. Hast du eine Granate oder sowas? Dann schmeiß mal drauf. Ja, hier so einen Zeitsprenger hätte ich noch auf jeden Fall. Na, hau drauf. Weil das Zeug können wir immer wieder machen. Nice. Warte mal den anderen noch in der Hand, oder? Falls da noch einer kommt. Wo ist er hin? Hier, hier liegt die Leiche. Ich brauche seinen Zweig. Ich brauche jetzt auch wieder ein Zeug. Der hat mir nämlich einen Riegel runtergeschlagen. Jetzt noch bei neun. Oh, ich glaube hier kann es sein, dass man hier tauchen muss. Oh, hier sind ganz viele Crack Babys. Eine Machete oder sowas wäre geil. Ja gut, wir haben eine Axt. Hier vorne sind Crack Babys. Hier direkt vor uns. Vielleicht auch eine Granate wieder werfen. Das sind richtig viele, die da im Wasser sind. Ich sehe keins. Da, da wo ich hinleuchte. Siehst du es nicht? Hier ein Stück. Schmeiß in den zentralen Schwarm einen Reinen Pfeffern. Passen wir, hier liegen ja die ganzen Sachen rum. Ich habe was Quieken gehört in der Ferne. Ich habe auch irgendwas Quietschen gehört. Ja, die meisten sind weg. Sind weg. Wir geben bestimmt bald die Batterien aus. Ja. Ey, wie groß ist denn bitte schön die Höhle? Jetzt sind wir wieder in The Cave, ne? Ja, ja. Hier ist die nächste Welle. Ich gönne. Warte. Ich haue mir erst eine Limo zwischen die Backen. Ich finde es geil, wie die auch noch so sprudelt. Oh, ich habe nur noch ein Packen Batterie. Mal ein bisschen Licht. Ah, ich habe das Ding nicht. Klassiker. Bibi kommt. Aber wenn nicht, müssen wir sie halt wegkloppen. Ja, das eine habe ich jetzt gekloppt. Nächstes kommt. Achtung. Willst du dir? Bist du mein Daddy? Hallo, Papi. Hi, Papi. Hi, Papi. Hi, Papi. Komm mit mir. Run for the border. Ich glaube, es hat einen richtigen Taco-Hunger. I have a hunger only, baby can't stop. Das eine versucht zu sprinten, hängt aber am Stalaktiten da fest. Don't forget the hot sauces, baby. Ich kriege auch schon wieder Hunger. Na ja, bei dem Song. Ah, da kommt er jetzt angewackelt. Kommen wir jemals raus hier aus dem... Weck gepuncht. Ich muss meine Axt wiederholen. Baby punch. Baby punch. Sind jetzt alle tot? Nee, da ist noch eins. Ja. Hängt noch eins drin. Abs. Er wollte so einen Spinning Dropkick irgendwie machen, die, ne? Ja, die spinnen und droppen. Und kickt. Oh, was da hinten? Wow. Okay. Look at this. Eine Zipgun ist da unten. Hast du hier eine Zipgun? Oh, oh no. Ich bin... Ich wollte eigentlich hier einen Lappen looten. In der Kiste ist eine Zipgun. Soll ich auch runter zippen? Ja, klar. Jetzt musst du runter zippen. Oh mein Gott. Da sind Viecher da unten drin. Wo? Da hinten. Im Wasser? Nein, im Wasser. Wenn du noch Sprengstoff hast. Ich hab noch was. Eine Granate. Bedeckung? Leuchte mal so ins Wasser. Hier glaube ich irgendwo. So ein... So ein... Ich hab nur ein Feuerzeug gerade... Ich glaub ich hab's erwischt. Ich bin schon wieder müde. Alter, was haben die denn? Iiiiih! Wie ekelhaft. Dieser Blähbauch. Und diese... Diese Schlauch-Bubis. Was gibt's denn da? Schrot. Was? Brot? Schrot. Schrotflinten. Schrot. Schrotkugeln. Okay, ihr müsst doch jetzt... Bitte mal langsam rausgehen. Aber wir haben die Zipgun. Das ist geil. Aber wir müssen auf jeden Fall... Essen und so irgendwie, ne? Ja, aber hier geht's raus. Oh, geil. Ich frag mich, wo wir dann sind. Ich hör... Einen fiesen Sturm. Uff, wo sind wir? Bleib ich da nicht so weit weg. Oder? Wir müssen jetzt da hinten hoch. Boah, das sieht geil aus, ne? Guck mal, Weiwei! Hallo! Ach, Weiwei! Hey, Jungs! Ich hab auf euch gewartet. Wo wart ihr denn? Weiwei, wie geht's nach Hause? Warte mal. Ja, die Atmosphäre ist schon geil hier. Die Bäume, es regnet. So der Mond. Alter, das ist cool. Ach ja, die GPS-Tracker, ne? Ja. Die kannst du... quasi fallen lassen. Bei deinem Haus zum Beispiel. Ja, das meinte ich ja, wenn man das... wenn man das gar nicht markieren kann. Ja, man kann damit markieren. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Wir bringen uns jetzt nach Hause, Sohn. Der Wind ist ganz schön laut. Ja, wir müssen hier ein ganzes Stück, das ist ein ganz schönes Stück, wo wir jetzt laufen müssen. Aber quasi, wir sind eigentlich quasi da, wo wir reingegangen sind, wieder rauszukommen. Alter, aber guck mal, so diese Baumwipfel und so, das sieht schon geil aus. Das Spiel sieht ultra-heftig geil aus. Also, Jungs, mir nach. Da geradeaus durch. Oh, ein Reh. Viele Rehe. Oh, die haben hier geschlafen. Alter, es ist Bambi. Schlags tot. Sehr gut. Oh, wir haben Bambi erledigt. Lecker Bambi-Fleisch. Aber man kann echt noch keine Köpfe abdrehen. Oh, guck mal hier, den Rehpelz. Mega. Ich hab jetzt einfach ein bisschen Roh-Reh reingefegt. So, der Weg nach Hause ist nicht so wahnsinnig weit. Du kriegst hin. Ja, ich muss halt, bei mir blinkt alles fast, ey. Ja, ja, wir müssen jetzt durchziehen. Aber dazu haben wir echt, echt mieses Wetter. Deswegen hab ich auch keine Ausdauer mehr, weil ich müde bin und Hunger hab. Nach dem langen Höhlenausflug sind wir alle müde und hungrig. Aber schau dir Waiwai an. Tapfer. Wer keine Emotionen hat, hat auch keinen Hunger. Ja, und von dem kannst du viel lernen. Du musst deine Emotionen ablegen. Alter, wie heftig der Sturm, ne? Heftiges Zeug, ne? Heftig, deftig. Richtig schön kräftig. Boah, hier ist Wasser. Am Seerosen-Teich sind wir hier. Ja, wo die meine alte Seerose mal... Der Rosi. Der alte Seerosi. Sie braucht immer nach altem Thunfisch. Ah doch, wir sind schon ein ganzes Stück weg von unserer Höhle. Wo wir reingegangen sind. Ja, wir sind ein echtes Stück gelaufen. Einmal quer unten durch. Aber die Höhle, die hat ja noch so viel, ne? Wir sind jetzt nur eine Abzweigung quasi gelaufen. Da unten gibt es ja noch so viel mehr. Oh, hier ist ein riesiger Spalt. Vorsicht. Hier geht's extrem weit nach unten. Warte mal, wir könnten nochmal... Ich muss ja eben gucken, ob ich noch... Oder wir machen hier jetzt ein kleines Zelt. Ich hab mir erstmal Fleisch reingezogen jetzt. Wir haben doch alles da, oder? Oh, ich hab keine Plane. Hast du eine Plane? Was ist eine Plane? Eine Plane ist oben rechts neben den Seilen und neben den Enterhaken. Äh, ich hab eine Plane, ja. Und die musst du hier so ausbreiten auf dem Boden. Dann kannst du mit zwei Stöcken einen kleinen Shelter daraus machen. Dann können wir uns hier kurz hinlegen. Plane. Kann man die dann wieder mitnehmen eigentlich? Normalerweise ja. Hä? Ich hab da jetzt draufgeklickt, aber es passiert gar nichts. Also... Jetzt muss die Stöcke. Ich mach uns hier auch immer noch ein kleines Feuerchen. Damit wir nachts nicht erfrieren. Da kann ich auch ein bisschen Fleisch können wir da drauf batschen. Ich hab eigentlich noch voll viel gekocht, das Fleisch. Wenn du Fleisch kochen willst, hier ist noch ein kleines Feuerchen. Aber was das Essen angeht, bin ich gut dabei. So, dann... Ja, lass mal pennen gehen. Warte, ich will nicht, dass mein Fleisch verbrennt. Verbrennt es überhaupt, oder...? So. Äh, pennen? Wie geht denn das hier? Ich steh gleich wieder im Feuer drin. Einfach auf Y hier, ja. Ah, besser. Oh, wir haben Besuch. Guck mal, der hat sogar einen Bart. Der sieht fast menschlich aus. Der hat so eine Sichel irgendwie aus dem Knochen. Jetzt, kann man das einfach wieder zerstören, oder wie nimmt man das mit? Ja, jetzt kannst du hier deine Plane wieder mitnehmen. Ah, okay. Weil, das ist echt dann besser. Dass man immer eine Notfallplane irgendwie... Vorsicht! Oh, was ist das? Sichelmann! Ja, jetzt brennst du, Sichelmann! Jetzt rennt er, der brennt in den Wald. Oh, ich muss erst mal einen kräftigen Schluck, was man da... was man da Pulle trinken. Achso, die kannst du gar nicht... Da kannst du keine Rüstung ausmachen. Nee, die Haut von denen ist nicht so sichelig. Du kannst aus den... Ihren Knochen kannst du noch eine Rüstung machen. Ja, zack. Rein. Ja, gut, aber. Jetzt kannst du halt so eine... Knochenrüstung kannst du noch machen. Ich dachte, wir gehen erst mal heim jetzt, oder? Wir gehen jetzt heim. Oder nicht, ja, siehst du? Wow, was? Vorsicht! Noch mehr, aber wir gehen heim in der nächsten Folge. Weil die ist jetzt schon wieder rum. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Nicht vergessen, bewerten, Liebe dalassen, auf Wiedersehen und... Tschüss! Mmh-mh. Mmh.